Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arno 1800 und ja letzte Woche haben wir oder vor zwei Tagen haben wir den Besucher Kai gemacht. Ah ja okay ich hatte den Ton bei mir nur aus. Juhu. Das ist immer so ein Problem wenn man Pause macht. Und dann muss man immer noch nochmal überlegen wo man war. Hier würde das sogar lohnen das nochmal auszubauen. Ist zwar richtig teuer mit 20 Glas und Stahlträger habe ich jetzt richtig viel. Das finde ich gut. Glas habe ich glaube ich schon mal überlegt das nochmal auszubauen aber das Problem ist beim Glas beim Glas 30 und eine Minute das heißt wir bräuchten hier 100 300 Handwerker noch. Ich bin ganz beschämt. Admiral. Admiral. Ja Admiral ist da. Oh nein. Das macht mich noch krank. Schiff vom Stapel gelaufen. Die Besoffenen. Äh. 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 Was. Okay die Ärzte sind anderer Meinung. Madame Adelas gewährt uns was. Äh. Tektur sind bei nur der. Äh nur Zeichen förderlich oder weilsam. Okay zu Adelassen ist sowas von ähm. Ähm. Wie der Dosis erstickt. Was. Was. Aber ganz ehrlich Adelass. Das ist eine Menge Wind in den Segeln. Alter. Aber ganz ehrlich Adelass ist sowas von ja. Es hätte nichts geholfen. Und äh Tektur anscheinend auch nicht. Okay. Äh. Was haben die für eine Tektur gemacht wenn die daran ersticken und sterben? Was ist da denn los? Hast du eine Aufgabe für mich? Du. Beweisen sie dass sie mehr sind als ein Schaumschläger. Hängende Glas Lösch. Uh. Hängende Glas Löschgranate. Äh. Handelskammer. Okay. Was muss ich dafür tun? Irgendeinen töten oder? Gehen sie. Beweisen sie sich. Schauen sie mal Leuchtturm ab. Klassische Bücher. Schona steht bereit. Schona steht. Ah genau. Äh da wollte ich ja noch. Äh da habe ich eine halbe Stunde Zeit. Das ist in Ordnung. Mh. Ne äh du. Gehst jetzt von da nach da. Und äh holst die Schweine ab. Und äh tust die Schweine weg. Äh. 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 Schweineauftrag. Wow. Gut. Apfen, Paprika, Rindfleisch, Sko, Tee. Hä? Okay. Gut. Ähm. Dann hole ich mal meine Flotte. Beziehungsweise den Industrie-Gentschafter. Äh. Die anderen, ähm, patrouillieren hier mal. Warte. Der patrouilliert mal den da. Warte. Äh. Ich bin voll kurz abgekommen. Ähm. Ähm. Wo sind sie denn? Also da ist einer. Haltet sie auf kurz. Genau. Und wo sind die anderen? Ah, die kommen jetzt. Warte, die kommen jetzt. Oder du, äh, machst Geleitschutz bei dem. Weil der ist in der Mitte, da kommen beide hin. Super. Boah. Gut. Aber, was ich gerade gesehen habe, die haben zu viel Fisch. Die haben zu viel Fisch. Moment. Ja, okay. Seh an, der Idiot ist zurück. Oh, Gütigkeit. Ich hab's für den Fotografen gehalten. Ich, ich, ich kann das ja noch nicht machen. Was ist, äh, Wichtigkeit der Bedürfnisse plus 5%. Das heißt, wenn ich das rausgebe, dann wollen sie 5% mehr, ähm, äh, was ist das? Äh, Zufriedenheit. Keine Einflüsse. So habe ich es noch nie betrachtet. Ich, ich glaube, dass da keine, keine Einflüsse sind, äh, nicht so schlecht angesehen, oder? Wie als würde ich, äh, also, wie wenn ich, äh, tausend, äh, Dinger mache. So, warte. Hier verkauf ich mal bis auf 50, äh, schmeig ich raus. Und hier verkauf ich auch bis 50. Und das verkauf ich auch. Tja. Der Rest, der passt, ja. Hm, genau. Hier habe ich nämlich keine, keine Kartoffele. Das ist nicht so gut. Äh, hier könnte ich eigentlich jetzt mal weitermachen mit dem Steinenstraßen, oder? Aber ich habe ja voll Steinenstraßen jetzt, okay. Okay. Und hier dazwischen brauche ich eigentlich nicht, aber das sieht eigentlich schön aus, so. Dann mache ich das auch mal schnell. Okay. Du, 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 du. So. So. So, und dann hier weiter. Nö, nö, nö. Die ist hier hin. Dann geht der hin, da hin. Zurück. Die Waffenruhe wurde beendet. Aha. Waffenruhe also beendet. Ja, komm. Dann geh her. So. Aber, ja, doch. Im Wald, äh, sieht so Feldwege eigentlich besser aus, aber was soll's. So. Hier sind noch paar. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ah, ne, schon wieder warte ich. Ich komm gleich. Der Herr kommt gleich. Wir sind nicht auf dem Damm. Flaschenpost. Ah, was ist denn jetzt la? Schiffbrüche hier benötigen. Den Bergdecker benötigen ihre Hilfe. Davor sind sie. Heilködern ist eine beliebte Beschäftigung für die Seeleute. Ihr letzter Fang war sogar noch unterhaltsamer als sonst. Im Bauch des Highs war eine Flasche, in der sich drei Stücke Papier befanden. Jedes in verschiedenen Sprachen mit derselben Nachricht beschriftet. Die Mannschaft entziffert die verwitterte Worte, einen Hilferuf und einen Breitengrad. Äh, die Innereien des Highs nach Hinweisen durchsuchen. Die Insel aufsuchen. Diese hier im Bereich. Erfolgschance. Äh, plus 25. Weil ich einen Navigator habe. Ja, okay. Die Suche kann auf einen Bereich eingegrenzt werden, den man absuchen kann. Es befinden sich viele Inseln auf der... Äh, ja natürlich. Angegen dem Breitengrad doch nur wenige. Davon liegen in der Nähe von befahrbaren Schiffsrouten. Indem die Navigatoren... Was ist los mit mir heute? Wie kann ich den linken Kalisieren im Bereich? Wie kann ich den Text vorstellen? Wie kann ich den Kursen mit dem Weg benealten? Wie kann man den Kursen jetzt umwać? Wir haben den Kursen von Überzeugen. Okay, wie kann ich den Kursen, die Kräfteでしょう. Wie kann man den Kursen in den Kursen erleden? Oh, Wunderbar. Und jetzt ist vollkommen die Kräfte. Wie kann ich den Kursen von리お�zes machen? Wir brauchen die Kräfte. ja weiter wir müssen endlich die neue welt zu entdecken das ist jetzt doch endlich oder gut dass ihr seht schon also ich jetzt der lina also die frau blablabla schon ziemlich zugeschlagen ich habe da pläne für neue expeditionen ja du wartet jetzt mal erwarten neue horizonte krass ich bekomme einen neuen körper okay also hier gibt es wow bananen baumwolle mais kaffee perlen und tabak wow also hier gibt es super viel aber nicht viel platz okay was gibt es hier kakao und auch nicht viel platz ich vertraue dir okay okay ich gehe ich hier schon aber die sieht er sehr schön aus was gibt es hier hat er worden die sich eigentlich angesiedelt hier gibt es überall eigentlich dasselbe zuckerrohr hier gibt es zuckerrohr und zuckerrohr brauche ich für rum gibt es hier zuckerrohr ne hier gibt es nur bananen hier gibt es auch kein zuckerrohr hier gibt es zuckerrohr aber wo soll ich denn da hin bauen hier gibt es hier gibt es zuckerrohr okay ganz ehrlich dann baue ich hier an bei mir gefällt er dieses dünne hier so gut dann gehst du auch mal dahin und zur expedition ich sehe direkt ins auge des heraufziehenden sturmes ja ne warte da warte ich noch kurz ich wechsle mal zu die zu die zu der alten welt weil da brauchen wir jetzt genau holen sie mein magen spielt wieder verrückt ich muss mir das hier an sie übergeben bücherspende und ab geht die post okay wo ist denn jetzt mein schiff wo ist mein 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 bin ich jetzt blöd zu einem imperium gehören land und mehr wunderbar hier genau und jetzt hier ab und ihr seid der will dass ich zwei schiff brüchige abholen dann würde ich mal die von dem schiff ab so die die sind ja in zurzeit sehr zufrieden oder also da muss ich ja momentan vom stapel gelaufen sexy lady ja in der tat hatte rathaus mehr als bereit so reichweite ich wusste sie schaffen es natürlich holen sie kinderbücher spielstand gespeichert was ist das denn jetzt wieso zeigt er das nicht ist das verpackt wenn ich noch klatsche bücher holen sie von wo denn bringen sie äußerst verheißungsvolle karten liegen auf dem tisch oh ja ähm okay also expeditionen also dann schiff zu weisen das ist jetzt die frage fremdenführerin ja der ist ja jetzt schon in der anderen welt genau genau die beiden sind in der neuen welt genau ja klassische bücher fregatte linienschiff das ist mein fremden nur fair ah ne mein linienschiff will ich eigentlich nicht hernehmen weil mein linienschiff kommt dann zur piratenjagd es ist kein regen solange dein kopf nicht davon blutet so ähm warte wo ist jetzt mein fregatte fregatte klipper linienschiff aber wieso wieso ist ja mein anderes linienschiff jetzt nicht dabei so so ähm hä mehr als bereit ach so ich habe ja den den jetzt ah okay jetzt warte nee äh du gehst ja jetzt linienschiff hier kein böses erwachen in sicht ähm kraftbereit weiß nicht auf jeden fall bekommst du ähm das da was macht das da nee das macht nichts ähm ähm fische rationen items ich habe halt ja keine items das ist das blöde rum nee das ist schnauss ähm habe ich aber auch wenig moral ist richtig niedrig 44 moral das ist halt gar nichts ähm wie wäre es mit seife 43 wie wäre es äh ich probiere jetzt einfach mal rum äh nähmaschinen alter echt jetzt nähmaschinen gibt er ja momentan am meisten wie wäre es mit gut das 45 wie wäre es mit glas äh braucht ihr zwar nicht aber gut ähm stahl 43 kanonen 46 eisen 40 wie wäre es mit äh stein 40 gott auf den habe ich nicht ja gut also unwert hatte 42 äh ich bräuchte die fremden vier wenn verdammt ja wobei fremden vier ist glaube ich ähm besser wenn äh besser bei äh bei der expedition zu den äh schiffen haben als hat moral ist halt niedrig 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 hatte dann nämlich statt rote nochmal ähm bretter weil wenn ich äh auf äh auf jagd gehe dann brauche ich auf jeden Fall äh da brauche ich auf jeden Fall äh bretter zum wieder flicken so jetzt gehe ich mal kurz ähm ähm äh genau dann berg ich mal das da und gehe ich hierhin und du musst wohin bringen sie ein schiff an die angeforderte position sie finden es indem sie auf die aufgabe in den in der spiel werklicken ja habe ich eigentlich gemeint vermeiden sie es in sichtbarkeit der patrouille zu geladen ähm sind unterwegs bringen sie frohe kunde ok vielleicht vielleicht muss ich das dahin bringen ich probiere es jetzt einfach mal so äh du schipperst mal ein bisschen weg und jetzt gehe ich mal ähm zur neuen welt und besiedel mal genau hier das da so sehr schön eine explosion erschüttert eine ihrer fabriken ach ja ach ja natürlich die ist gleich weg du weißt doch nicht alle eier in einen korb legen manchmal muss man einfach an anderen leuten eine lanze brechen was ist denn mit der verkehrt neun neun die fans hier in die Beraterin 2 erschöpfte er ist ja bloß hier ich bin doch da sind sie so weit wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben durfte allererste sahen haltet sie auf was ist das jetzt ähm ups verwendbar für Schiffe Handelspreise minus 5% ja ok das ist ja gar nicht so schlecht holen sie von Kinderbüchern ab neue Befehle Bequemlichkeit ist der Vater der Dummheiten ja und die Flammen wurden gelöscht wo geht es jetzt hier weiter hier anscheinend nicht ich kann auch nicht handeln ich bekomme hier auch keine Handelsbücher Handel ja holen sie von ab ach das ist doch doof Schiffe wie dieses stahlen einst ja hol dir diese blöden Kinderbücher und jetzt legen sie nicht auf der faulen haut natürlich muss ich das weil du holen was ist denn da das gibt doch nicht wie geht es euch zufrieden ja trinken braucht ihr nicht um ja und jetzt das kann ich jetzt machen nichts mehr da geht mal Entschuldigung meint da gehe ich mal wahrscheinlich und was ich sollte den kavalier vom hau doch wohl ähm Spielstand gespeichert ja das das problem ist ich kann da jetzt nicht nichts machen Achtung Admiral anwesend Auftrag eines Tages an diese Küste zurückkehren ja vor allem möge neue Befehle ich zeige ihnen meine sind sie hier um einen ja ich bin hier halten sie lieber die Feder oder das Schwert 6 60.000 sie zwingen mich dazu ja ja warte mal unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen lassen sie uns den Einsatz erhöhen ja 22 meine Familie hat besseres verdient sie hatten recht gehen wir noch einmal in uns unmöglich ja okay ja aber für eine Stunde habe ich jetzt Kriegserklärung gegen uns was die herrschende Mächte wir haben sich dann hätte man und waren dort sitzen und was wäre nie passt doch alles wo ist los bei dir so um ich schaue jetzt mal was wer selbst wachsen will oh ein Ochse ja Kekse okay bequemlich ja du hast selber Schuld ich habe zwei Bücher Steuermann ja wie irgendwie so sind hier jetzt zwei solche Dinger ne so ähm ich würde sagen äh dass wir jetzt auch wieder aufhören weil es ist schon wieder Zeit ähm dann ich hoffe dass nächstes mal vielleicht äh wenn ich das einmal beende und nochmal starte dass es dann passt aber vielleicht äh geht es auch gar nicht ich weiß es nicht vorsetzen weil äh ah vorhin waren die Schiffe nämlich gar nicht da Segel setzen äh das war kein voller Segel Ihr Verhalten ist vorbildlich natürlich ähm vorsetzen so dann äh bringe ich ihr mal die Kekse gut wir fehlen die Rohstoffe hopfen echt jetzt wie so fehlen hopfen warte 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 dann einsatzbereit warte okay jetzt äh hier wo sind nur meine Karten abgeblieben genau Berater Matrose oder das ist doch der Clipper genau der bekommt hier 100% hier Rationen und Items äh gibt es keine Warte mal wo ist denn der Spielstand gespeichert ach der ist in der neuen Welt okay ja hier ist er Admiral auf der Brücke so Attraktivität ist die Herbsternte eingebracht ja aus totem Lauf haben sie Lotus sprießen lassen oh sweet so jetzt halt aber hier ähm mal Holz Holzfäller ja ich ich warte zuerst wo will ich eigentlich bauen also hier ist es eigentlich ziemlich schön für ein ein Zuhause oder so dann mache ich doch hier ein ein wunderschönes Zuhause für die Einwohner und ich sehe gar nichts so gut dann mache ich mal ein paar Häuser Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht gut so erstmal so was was mache ich denn da so na gut gut dann hier auch Holz wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben so ich glaube das dürfte erst mal reichen was was wollen die denn essen gebackene Bananen ja warum denn nicht ne warum denn nicht neue Befehle du gehst jetzt mal äh zur alten Welt achso ähm klackschiff erwartet Anweisung der Teufel fordert seinen Tribut ja was denn los schon wieder Parasitenbefall oh Gott die Parasiten müssen Sumpfschlamm wo waren die denn jetzt in Sumpfschlamm so okay also Heilkunst Heilkunst ähm ja dann machen wir halt diesen mal die der Adalas zumindest macht ich mal sieh das glaube man sobald ihr mal kam Experiment abgeschlossen bleiben die tatsächlich nur eins übel ja wow so gut wie zu erwarten Parasiten raus polierte Holzbeine und hilfreiche Hakenhände rein wow die ja ok super das war wirklich unentspannt zu erwarten äh Fischöl Fabrik hot zum Henker die du ähm so Fischöl braucht 30 Sekunden Bananen auch 30 und die auch 30 ok dann mach ich mal hier nochmal damals damals in den Minen hätten sie keinen Tag überlebt äh doch weil ich ja Aufgaben äh bewerkstellige wenn sie mir gegeben nicht so wie du sag's einfach so äh ja ich ich will das und das und dann ja passiert aber nix weil du keine Aufgabe mir zeigst oder mir halt nicht die egal ähm wir haben nämlich ähm wir müssen nämlich jetzt äh Schluss machen es ist schon wieder 34 und äh ja ich hab vor einer halben Stunde oder und zwar end und zwar Geh! Untertitelung des ZDF, 2020